Das ist geschehen YouTube und herzlich willkommen zu Sonic, einem kleinen Gameplay. Wir machen mal den Einzelspieler und ich muss dazu sagen, ich mag Sonic das Spiel nicht besonders, seitdem das auf dem PC ist. Also ich spiele eher das, den, den, also vom Sega habe ich lieber gespielt. Ich weiß nicht, was daran anders sein sollte, aber es war für mich anders. Wir sind hier in irgendeiner Mission, wo wir beschossen werden. Die Metall-Episode wurde freigeschaltet. Okay, Metall-Episode wollen wir gar nicht, glaube ich. Ich gehe mal auf Einzelspieler. Hä? Was ist hier los? Genau, Spezial-Level. Wir gehen mal hier. Neue Grenze, Akt 1. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Wir machen mal versunkene Ruine oder können wir... Ne, wir müssen versunkene Ruine machen und gehen mal den Akt 2 spielen. Und gucken mal, wie wir darauf klarkommen. Grafisch super. Okay, da können wir hochfliegen. Da geben wir Gas. Au, au. Dann hätten wir so machen können, glaube ich. Dann hätte uns der Kleine irgendwie geholfen. Ah, hier brauchen wir wieder Hilfe. Hier brauchen wir wieder Hilfe. So, jetzt sind wir erstmal hier oben. Jetzt vielleicht stört das hier ein bisschen, aber mein Kind ist gerade da. Ich nehme das jetzt trotzdem auf. Vielleicht mag er ja Sonic auch. So, hier sind Fische. Die können wir angreifen. Oh. Jetzt müssen wir uns mal beeilen. Wir brauchen auch bald wieder Luft. Ah, ja, da können wir hoch. So, und jetzt können wir übers Wasser rennen, weil wir ja... Okay, wartet mal. So, kommen wir weiter. Und dann gehen wir Gas. Ja, wow. So, die 10 haben wir. Und weiter geht's. Hopp. Pssst. Ich nehme gerade auf. Ruhe. Pssst. So, dann geht's hier weiter. Und... Nein, nein, nein. So, da wollen wir wieder hoch. Da oben kommen wir irgendwo hin. Okay. Jetzt klingelt auch noch das Haustelefon. So, was gibt's hier sonst noch? Ah, ja, hier kommen wir wieder rauf. So. Dann müssen wir hier längs. Aber nicht auf den scheiß Stachel. So, das muss man, glaube ich, immer hochspringen und dann in der Luft machen. Oh, die Maschine katapultiert uns in die Luft. Yeah. Also, schnell ist das Spiel schon. Aber es ist halt... Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Okay. So, wir müssen hier mal wieder rauf. Oh, oh. Die Fischi-Fischis mögen uns nicht. Oh, oh, ja. Ich werd zu fett. Ich werd zu fett. Los, helf mir hoch. Komm. Hopp, 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 hopp. Zack. Ist ja gestern erschienen, das Spiel. Ja, nein. Oh, ganz schlecht. Normalerweise müssten wir ja in diesen Ring springen, aber das haben wir natürlich nicht geschafft. Wir gehen mal den nächsten Akt spielen. Sonic und Tails haben Akt 2 beendet. Steuerung. Ja, ja, das kennen wir schon mit dem Sprung unter Wasser. Akt 3. Ab dafür. Na, komm schon. Lauf, Sonic. Ja, genau. Weil der geht ja auch ab und wir wollen auch abgehen. Warte mal, hier gibt's irgendwie noch einen Trick. Genau, da kann man nämlich richtig Gas geben. Ähm, okay. Ach so, warte. Alter, da kann man ja richtig abgehen, ja. Yeah, hopp. Also ich weiß nicht, in den früheren Spielen fand ich, kamen die Action mehr rüber. Ich weiß nicht, ob das ... 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 So, ich finde, das kommt ein bisschen besser rüber. Also, für jeden ist es natürlich selber überlassen, ob er sich dieses Spiel zulegt oder nicht. So, wir machen jetzt einfach mal ganz einfach hier. Oh Mann, er wird zu fett. So, und jetzt kommt... Hohohohohohohohohohohohoho... Okay, das geht immer nur in eine Richtung Da muss man dann vorsichtig sein In welche Richtung man denn eiert So, ich sag trotzdem damit Dieses Mal halte ich mich kurz bei dem Gameplay Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal